und damit dass sie mit unserem kanal natürlich nicht der landes man und wie ihr schon im titel entnehmen könnt jetzt gibt es strafungen war noch böse wir haben noch eine halbe stunde zeit bis wir wieder ins pvp müssen der fischkopf auf wir dürfen das vergessen dann die abzutauschen eine box gleich zu beginn glaub ich wir hätten da reingeschissen die ganze nur die fünf von das sollte ich ja noch oder preis ist 6 gold und 99 silber aber das ist ja nur wegen dem wenn das event so hoch das sind mehr als acht aber weniger als zehn ich habe 500 fische gefangenen ich habe es knapp fischer über von 3000 ich habe ganz gerne blutbox eine blutbox eine box voll blut ja ich habe in der lootbox bisher ich habe bisher nur schrumpel kommen eine eine fische auf dem kopf kann ich dich auch an du kannst doch mal anbeißen ist ja die da hinten ist so ein fisch aufgeflogen was besonderes was besonderes wieder weg ist so besonders hier dass sie überall angekommen kannst diese kisten überall ein einsatz verpasst das ist auch fischkopf und das ist die jetzt geholt ja aber ich habe einmal kommen mit fischkopf wieder wir treten da ein trend los ja mir mit fischkopf angelt du musst auch wieder noch einen fischkopf angeln der muss ja der hier geht zum guten Ton hier mit fischkopf angeln hat mich wir den pvp-gebiet und die dragonfly zwischen sequenzen machen sich das doch auch geil so voll eine weltzerstörung und wo am fischkopf drauf die welt steht vor dem ende du stehst mit dem fischkopf dauernd kurz wenn ich nur das kopf haben soll es ganz gut er würde aber auch zu reino passen oder etwas so träumen mit dem fischkopf wie lange kann ein heimer kommen was ist von heike ne ich hatte nur ach doch ich hatte von da rein und kisten zwei stück zwei lootboxen aber nichts drin oder? da ist nie etwas drin außer verderben ja verderben verzweiflung der menschen da ist nur enttäuschung drin ja in lootboxen das verderben der menschheit 439 ich komme der sache langsam näher ran ich habe 444 bin aber dann doch dran gekommen ach so du hast ja 50 ausgegeben ja das klub spiel 388 küschen drin 24 gold durch die haie im gold gericht 50 fehlen noch die 500 büsche erfolg schon bekommen das ist so glücklich 500 büsche gearbeitet da sieht man eindeutig man hat eindeutig keine hobbys oder das ist cool dass obs die einblendungen nicht immer kriegt wer online und offline geht aufgefallen es wurde mit fein geblendet aber jetzt aber nicht vernommen gutes spiel auf ich habe wieder den ding geangelt dieses boot dieses spielzeug ich habe ein mit lieben wo das ganze gold für schluck und box mit mehr schrotz mit dem silber hat kein fisch angebissen aber nur wenn du ein einsatz verpasst auskommt und so gut dann ausschalten noch der packen lustig ob wir später da sind nicht Die Kiste erst öffnen, wenn du eine getötet hast. Nee, kannst du sofort. Achso, also du musst nur die zwölf Kisten öffnen. Ja, du musst nur öffnen. Und die Kisten. Ich vergesse das ja von Anfang an da. Ja. Man kloppt sich einfach um die Kiste. Ja. Wenn keiner da ist, dass ich kloppt, dann... Dann einfach einsam. Ja. Also nur bei der ersten Quest musst du jemanden töten und dann... Nee, anscheinend gar nicht. Ich habe ja nachgeguckt, wo auch er hat und du musst nur das Funket bekommen. Dann wärst du jetzt dran mit dem nächsten Funket. Das dauert ja ewig, wenn der Backnummer funktioniert. Ein Haar. 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 Da reicht das hier, wenn das so... Ich hoffe, du kannst es nicht... Was ich finde, noch etwas Seltenes. Ich glaube, ich gibt es auch nicht. Oder es gibt es auch nicht. Morgen kümmerst du dich an einem freien Tag... Bitte unter dem Rettelpass in ConExcel. Ja. 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 Die sind voll. Ich krieg ich sie ja sogar schon voll. Ich muss ja Glück haben mit den Challenges. Achso, ja. Und hier sind die mit Server-Magie echt leicht zu meistern. Ja. Mir ist glaube ich 49. Hat er jeden Battle Pass vorgemacht, oder? Ja. Das ist eigentlich mit einer der einfachsten Battle Passes, die man vormachen kann. Da kann man eigentlich auch die Währung wieder raus, dass man das nächste Konto kommt. Ja. Auszwischen. Wird er dann safe hergemacht. Ja. Bei Diablo das nicht. Obwohl ich da bis jetzt immer beide beschlossen habe. Aber ich sehe. Ja. 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 Mal 4.000 cb-points. Nee. 20 min alle werte und größe gilt sowohl als kampf elixie auch als wächter elixie ok oder das bedeuten die größe 20 minuten und warten 188 komm näher ran das war uns mehr so ei 5 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 6 6 5 6 5 5 5 5 5 4 5 4 5 ja Ich bin schon mal stolz auf mich. Ich bin schon mal stolz auf mich, dass ich das mount und selbst geangelt habe, so zu sagen. Und niemand sagt nicht, dass wir mount schenken. Ich bin nervig und habe mich selbst. Das ist, ja in Anführungszeichen, nervig halt. Das ist halt zeitaufwendig. Das fällt mir gerade ein. Ich habe einen Mount bekommen durch eine ewige Rätselreihe, wo ich drei Stunden in einem Labyrinth festhing. Das hat mich verrückt gemacht. Das glaube ich. Oder du weißt noch, das mount, wo du so viele Sachen nacheinander tun musstest. Da musst du die bestehen Raid und dann in dem Raid irgendwas machen und dann da irgendwas machen. Ja. Wo du halt verzweifelt bist. Oder kommen? Aha. Ja. Ach, das waren gleich vier Stück da drin. Au. Dafür sind die Dinger da. Dafür sind die Dinger da. Ja. Das war nichts drin. Außer hier so. Erhöht für eine Stunde Gewandtheit und 15% so wie eure Größe. Da fällt mir dann immer zum Boot vorbei. Ja. Erweckt das Feuer in mir. Okay, vielleicht. Gucken was da rauskommt. Wenn das Feuer in mir weckt ist. Und das Feuer in mir weckt ist. Angelt trotzdem bloß einem. Dann ja wenigstens noch mehr Gewandtheit. Wenn es dann wenigstens noch mehr Gewandtheit ist, wenn es dann wenigstens noch mehr Fische hat. Ja. Ja. Mit dem Speer. Ja. Ganz klassisch. Mit Kopf. Mit Fischkopf. Achja, wir haben dann Trend losgetreten für den Fischkopfangeln. Dunkelmondangeln. Mitten in der Nacht. Weißen die Haie aber schlecht? Wenn da zache ist, dann kommt einer mit 26 Gold, da darf ich die für nur noch 100 brauchen Ja genau Wird eng, wird eng Rannock, wird eng Mir fehlt noch 100 Jetzt hab ich Pony einfach Was kannst du denn verkaufen oder verschicken? Mehr als eins brauche ich Manche anderen Stunden für Pony schmeiß ich einfach aus dem Endtag Ich glaub das sind doch Quests Nicht DDE Preet Er sind typisch Keine Ahnung Pony Meister 5000 Olaf Das hier ist Olaf Das hier ist Olaf Das hier ist Olaf Das hier Hier ist Olaf Das hier ist aber wenn es zum feier kommen in den zwei minuten wird es schwierig mit einem feld 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 Kritze fix. Keinen High. Nun kriege ich keine High. Zuhause gehen alle weg hier, das ist wahrscheinlich alle in das pvp-gebiet. Gehen wir dahin, sind sie alle versammelt. Sagen wir dann auch Hi. Oh, ein Stück an mir. Da schaue ich noch. Ich habe einzigartige Waren. Ich habe dir auch gekauft. Ich muss dir nicht zu dir. Aber ich konnte mir das mal kaufen. Geht der nur im Wasser? Hier gibt es noch Wasser. Wie steht es aus? Und hat es jemand hier? Ja. Haben wir hier Glück? Äh, Autoblu. Okay. Auto. Oh, hinter dir ist ein Todesritter. Ein Bluetodesritter. Oh wey. Oh wey. Den da zu kriegen, da kannst du ja morgen noch dran sitzen. Warum? Und die haben extrem safe. Ich meine, wenn er nicht an unsere Hand kommt. Hat sich auch gedacht, jetzt abends ist immer so viel los, ne? Warte, dann kann ich nicht mehr die decken. Ich glaube, da ist immer was los. Da kommt der nächste. Oh. Okay, der ist nur Lager 67. Die hat typisch der Wilde. Das wird interessant. Und da kommt noch jemand? Das wird echt interessant. Beast Mastery Hunter. Okay, was ist das? Und da kommt noch, da kommt nochmal zwei. Drei. Gut. Jetzt gibt es Glückwunsch. Jetzt gibt es Glückwunsch. Jetzt gibt es Glückwunsch. Ein unholy Death Knight. Ähm. Ja. Wie gesagt, du drehst dich jetzt am Kopf. Ja, genau so. Wie geil war das jetzt? Dreht er sich tatsächlich in der Fischkopf wo? Ja. Also, ey ey. Ich glaube, das ist schon wieder weg. Ey, dann kommt jetzt noch ein neuer Hunter an. Ich glaube, das wird interessant. Ja. Vielleicht können wir da ein paar Kills abstauben. Mit dem PvP Erfolg. Genau noch ein Pandare. Der hat 1,1 Millionen HP. Okay, da sehe ich ja echt. Die schauen uns alle an. Und wen im Target? Der hat dich im Target. Ja. Der hat niemand. Der hat den anderen im Target. Der hat den Gloma im Target. Aber der eine hat es auf dich abgegeben. Ne, der ist halt so ein Glorison. Ich glaube, der checkt erstmal alle Leute hier durch. Ach, mit wem er sich anlegen will. Seine ist schon rein. Ja. Wir warten, bis sie alle drin sind und dann... Aber ich glaube, wenn wir jetzt später reinkommen, jetzt schließen sie sich alle auf uns an. Hm. Vielleicht sind sie dann beschäftigt erstmal. Okay. Zwei sind drin. Drei sind drin. Wir kriegen es jetzt schon. Ja. Geht's los. Der eine ist schon tot. Die warte schon. Ja. Die Kiste ist doch. Ja. Die Kiste ist doch. Ah. Die sind wie die... Wie die Geier mit mich hergefallen. Boah. Eine Chance, oder? Nee. Ich glaube, ich kann mich hier nicht wieder blenden. ich habe bei der tage nicht drin ich brauche ich kein scharfen aber solange jedoch darum kämpfen und man gibt eine auf und will immer kämpfen dabei haben wir die neuen fische noch der pvp haben gar nicht keine chance wir haben einfach weiter gearbeitet das stimmt jetzt habe ich ja auch weiß man wann die beste möglichkeit ist ich habe ich habe die idee ja das nächste mal weil ich mit einem zweiten account ein ich lade uns ein also ich lade ich logge mich mit jemanden ein der auf dem leeren server am besten ist formy time wir synchronisieren sind wir auf leeren server plus formy time und da ist keiner hier drin höchstens auch als andere die im formy time drin sind meistens schwächer oder die würden sich ja damit würden sich ja da kaum mit einmischen noch vier Danke, wie das gepasst hat oder? Von dem Rockmusiker? Jaaa! Hi Oh! Da gleich mal auf 10 gebracht Hi, wäre der nächste, okay? Ja Ach man, Hi! Noch mal ein Hi! Jetzt aber, oder? Jetzt geht's ab Das sind die 150 in greift machen, ne? Ich bin für 70 Ich bin für 80 Ich bin für 80 Ich bin für 80 Ich bin für 80 Oh, ich bin für 80 Ich bin für 80 Und das ist das Und das ist das Jetzt sind die 60 aber es ist in der stundenlohn nein oder eigentlich bei 50 schluss machen aber dann kam daheim und dann kam noch reino rennt uns denn davon wenn du spätestens am mittwoch bei dienstag manch wird es hier und wieder wie ich es machen genau aus dem weg ließ reino dass die erledigt sind und das item aus der wort genau dass man das vergisst und wieder mehr anladen wir haben alle echt keine hobbys die richtigen sprich so schnell eine halbe stunde nichts anderes machen als zu angeln doch einen mammut mit einem löffel im mund noch mal ein wir hatten gestern wölfe mit auch im mund trainer wo die dinge anders laufen ich habe keine ahnung warum gibt es so viele untoten aus dem wasser ist das dasselbe oder sind das mehrere vielleicht ist das eine ganze horde die haben vorhin einen zwack geangelt einfach mit geangelt hat wo kommen die ganzen wasserleisten her dann steht er einfach da und und hat irgendwas gesagt was wir nicht verstehen ein hai Peter mal gucken wann der nächste und wo du kommst ja und nicht lang dauern noch mal ein hai jetzt läuft es aber mit die haie du da bist du mir schon unter 20 jetzt krassend schnell heute habe ich überlegt ja mir fehlt noch neuner und das bin ich schon bei 120 ich Eie, Eie, Eie. Eie. Eieche Okay, Jewe, Eie. Eie. ich habe noch viel zu bespocken ist mehr noch ein Todesfänger verkleidung alle Todesfänger was passiert wenn wir uns schrumpfen und den fisch auf dem kopf ich denke schrumpft auch cool wenn der groß bleibt 6 art fische ich finde nichts getan aber keine fische anbeißen auch wenn ich so also wenn ich euch einen tipp geben kommt niemals tut wird in trainer ist um einen beruf lernen mit dem paus ich kann während des tanzen angeln wie gehts hier naja ich hab so ein item was ich mir jetzt aufs kopf gesetzt habe ist so gut ja kannst du rückwohnen durchs angeln gehen jetzt richtig wild ich hab ein jetzt ich fische wo das war fertig mit anderen nicht ich bin du bist du hast du 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 ein hei oder ein ei ein hei und der kiste box nichts ich gedacht dass ich das erreicht die 650 fische hat nur 30 tage gedauert gefühlt ja noch ein fisch ein hai ein hai ist auch ein fisch doch ein fisch wir haben fisch geangelt auf deine ausbeutung das letzte fisch das letzte fisch guck guck das letzte fisch ist doch das letzte fisch ist doch das nächste fisch ist doch ich habe keine ahnung weitermachen 100 fisch es ging jetzt doch relativ schnell die 100 wie das ausschaut Foxy 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 Fekretor kann nicht kämpfen ja man no man so Thaus zieht ist der kämpfen kann ok wenn man es sich anschaut dann und zwar dass es weiter aussieht und dann eine krabbe die die Oh, abriss. Ist noch nicht bereit. Du bist im Sitzungel. Ich habe leider nicht das große bekommen. Ich glaube, wie das mit dem Ding ausschaut. Der Krabbenkopf ist einfach so neben. Der Krabbenkopf ist auch gut aufgeräumt. Der Fischkopf. Der Krabbenkopf ist einfach so. 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 Und es hat sich neben dem den aroma Nein, ich bin wieder klein. Aber er tanzt noch. Warte, er tanzt so lange, dass er die Luft auch hat, oder? Ne, 47 Minuten noch. Dauer spielt's? Ne, ist ein Item. Was halt nie verbraucht wird. Warte, was du noch hast? Ich hoffe, ich hab noch eine Elixir. Ja, hab ich. Damit werde ich größer. Ein kleines bisschen größer. Ne. Bei den letzten 20 Minuten. 27. Wir haben irgendwie alle herausgefischt, oder? Ja. Du hast auch keinen High mehr gehabt, oder? Ich glaub vorhin nur irgendwann. Du hast ja auch keinen Blut bekommen. und ich habe sie mit einem fisch nach dem an der gruppe kann ich jetzt nur lande gehen ein fischkopf das müssen muss man auch machen ich habe hier rausgetan auf dem raum machen jeder weiteren durch angeln auf 100 aber da stirbst aber du musst eigentlich nur um selbe spot angeln die ganze zeit oder pro erweiterung ja ich wollte musste da nicht irgendwo hingehen und einfach nur angeln ja aber halt wenn immer wieder die weitere zusammenhaltung da kriegst du auch musst du doch mal hält ne fische ja uns ist jetzt noch mal mit da fahrt sich dann sein geld zusammen hier noch mal seine 7000 gold weiterung ich halte es nicht auf 100 ja was man mitmachen können was bis halb dreier weil du musst bis hin oh Überhovedet 700 Wüscher wir fangen aber dann von vorne an dann hätte ich auch noch was ja wir fehlen die letzten erweiterung also noch näher in den posten aber dann geht nicht man ist besoffen jetzt ja einfach durch mich durch jetzt raus gezogen einfach mal so ein hei rausziehen ab und zu mal aber keine ich habe noch keine hei das man muss sich nur beschweren bei blizzard funktioniert das war das mit aufwertungen muss sie nur dann beschwert das kann ich ja da kriegst du ständig einen mal mag ich ja schnell auf muss angeln auch noch zwei weitere ja dann drüben am stück auch dass man kurzkarte hilft verdarben wahrscheinlich ich bin jetzt bei 5000 gold angegangen justi 100 für die schotzkarte ich hab mir die schatzkarte nicht holen ich hab mir die schatzkarte nicht holen was ist mir die dann will ich mir vor du schaust dass man aus von mir rauskommt weil ich kann auch irgendwo kommen das machen wir das ich kann es mal nach oben und die fenster mich das ist eine rätsel ja was gibt es ich bin gerade am gucken die die 100 wagen und tickets und so rum und drei wände im elixirer jetzt sind auch ja ich habe die tickets haben sie für die mounds ja ich habe diese eine maus 1000 kostet jetzt auch hin das geht es hat schneller drauf zu die tippe bei mir schon ledig 60 gekostet hat die kassel abkommt und dann für die hunde ticke guter die doch gleich lieber für die hundert fische die 100 tickets oder tickets fische gegen tickets tauschen können 1000 ticket und wir gewollt macht das werden die fische beschuldung noch mehr wert er ist 2000 ticket die restlichen ja so schon von 1000 der 558 bei dem maur zieht dann was hat ewig gegen die tatsung bis man zu bekommen habe ich von der ewigkeit angefangen da gab es wir noch nicht mal hat sogar nicht auf einen du kannst aber jetzt wissen wir dass man das sieht ja ja jedes mal den hundert machen kann ich habe das nur einmal machen kann man nächsten monat noch mal gucken ist einmal monat der dunkel und jama ist jeden monat der erste sonntag die pferdchen Jeey Ha 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 War weg gespürt A Hai ist irgendwie Mangelware Rezepte ungefähr kosten Ach so ne War ja schon beim Händler oben ne Ich denk nur nicht an die Rezepte Wer bin ich denn? Gordon Wenzel? Freimann. Da drüben mangelt auch wieder eine. Die wollen aber nie bei uns an. Nee, ich denk mal irgendwann dancen muss die ja. Wegen den Fischköppen. Setz ihm alle nur die Quest an. Ja. Ja. Wir angeln für das größere Wohl. Der Mounts und Tickets. Erlöserungstrandkript. Ich hab wieder meinen Spielzeug zum Vergrößern gemacht. Das ist das Rätsel, gell? Ja. Das ist das Rätsel. Und das ist das Rätsel. Und das ist das Rätsel. Ich hab keine Ahnung. Bucks. Ja. Lädt immer noch auf. den kann der mich kleiner macht ich sprung jetzt sogar angreist und mit ins wasser rein 80 aber kein heim mehr ein heim hatte ich ich schwimmen die netz und arm wird eine der jetzt muss die halle an oder was unsere namen sind wir einfach einfallsreicher und dann auch bis anox anox gibt auch dadurch hat es noch also hast du schon noch ein paar auswahl für deinen namen noch bier hier ist auch noch gehen er hat genau mit diesem komischen im armen in einem menschen ich bin wieder nüchtern warst du bist man nicht da ja hält davor 100 was sucht ihr das spielzeug das spielzeug kann. Okay, dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. So. Ähm. Also. Hey, wie kann man da den Wegpunkten setzen? Ist das hier? Kann ich den Wegpunkten setzen? Hier sind einfach nur Wegpunkte oder kann ich den Wegpunkten setzen? Wenn ich jetzt noch manuell eingebe... Das geht auch nicht. Ich muss die Karte offen lassen, oder? Ich kann mir keinen Wegpunkten auf der Web eingeben. Ich sehe noch nicht mal, was ich sehe. Ich habe euch erwartet. Seid vorsichtig. Weißt du? Das wird im Wasser angezeigt. Ist im Wasser im Zelt? Eine Tasche im Zelt. Laut Wegpunkte soll das im Wasser sein. Ich habe mir erwartet mal. Weißt du? so genau hier hier im zelt da war sie im wasser oben auf diesem ding das ist die tasche und da sind die 100 ich denke man muss warten bis wir sparen dann warte mal das respawns dann müssen wir das sechste mal schauen dass wir es gleichzeitig nehmen ist der schlepper schwimmer wird erzählen gebunden du meinst das was man vorne dran macht ja 3 gold hinten links in der ecke von dem zelt also hier in dieser ecke ich kann diesen gegenstand noch nicht benutzen weil das bestimmt nicht ja 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 ich habe den ersten hinweis habe ich schon gefunden ach so bei mir zweiter hinweis finden ja bei mir auch sonst geht das ok ich hätte mir jetzt lange warten können zum glück muss er offen fallen ja 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 so das heißt wenn ich jetzt einsamme zieht das bei dir auch ne weil ich was gefunden kopf ok wer da unten der ambaz da wo die tiere sind noch interessieren was mit den losen steinen wahrscheinlich nur in deiner nähe ist ok richtung anfang richtung eingang so abonni 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 Vielen Dank. Hier irgendwo. In irgendeinem Banner. Ah, ich habe es gefunden. Warte, warte, warte. Ja, warte. Voller dunkle Pixel im dunklen Pixel. Okay, bin da. Ja. Okay. Jetzt kommt das Versteck. Jetzt kommt das Letzte. Okay. 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 Im Wasser Ah, hier Okay Das hat gezählt Nice Yeah Not tickets 15 habe ich jetzt Oh Auch mit zwar cool, aber es ist einzig An dem ist das, sobald du an Land kommst Oder über Wasser gehst Ja 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 Stopp! 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 Ah, ich hab's... Oh, so... Ja. Du mir mal... Da brecht doch die Zauber. Alter. Mich ist toll. Ach, jetzt. Oh, weil da geht die ganzen Portale in dem Ja. Porribus, oder? Ja. Sollen wir den Serif Mortis sagen? Vielleicht lautscht uns den Rage über den Weg. Ja. Lustig. Sollen wir die Schlange mehr hier, oder? Ja. Warte mal, wie schon lange ist der hier? Hier haben wir direkt Wasser. Ach stimmt, du hast ja nicht fliegen freigeschalten. Das ist eine neue Austausch. Aber ich darf mal angeln. Um 5, Alter. Warum kannst du auf Wasser laufen? Ich wollte mir hier in der Reform auch das sonst. Kann man auf Wasser laufen? So, hier ist er. Du hast auch angeln, ist gerade ein Fisch. Ja, ich versuch's zumindest. Irgendwas besonderes. Ältische Tarte. 97 Silber. Mal den Stiefel. Ich hab ne kostige Kette geangelt. Ist dir auch was wert? Nee. Ich hab ne Kette geangelt. Ich hab ne Kette geangelt. Oh, das wird noch eine lange. Ja, wir haben uns getestet. Fischköpfe. Nö, Katschen. Das holste mir auch später. Nee. Fischkopf wollte nicht mehr nach Schalbeleinsgehen. Boah, Regen Was wäre Gibt es hier auch seltene Fische? Ja, das was wir gerade sammeln Diese grünen Das sind glaube ich die seltener Fenix, wer jetzt zum Ja Schau 14 das an Wer ist mit der Auf die bescheuerte Idee gekommen Und auf 200 hier zum Also Shadowlands genießt Also Shadowlands Schreit doch wirklich danach Die wollen, oder? hơn Untertitelung aufgrund der Audioqualität Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 160. 160. fällt oder? Ne ich denke das ist einfach nur Deko. Ich habe es geholfen, ein Quarking Ding. was wir jetzt 19 über wir sind fast so viel wert wie letztes verkauf ich habe irgendwas bekommen benutzen 30 mit lang geringfügig die chance irgendwas zu vermitteln naja das habe ich auch was für fische nichts wert sind ja das ist ja auch etwas besonderes bekommen ok wie sind die schädel Besonderes. Was ist das? Um Tietrich Willkommen. Ja. Kann der Schurke verwenden? Ne, das kannst du halt verwenden, wenn du Asher deines Schmiedekunst hast, kannst du verwenden, um was aufzuschließen. Oh cool. Nicht ganz so sinnlos. Ist aber nichts wert, oder? Ein Gold. Au. Ist auch sehr häufig. Gibt es eigentlich überhaupt was besonderes? Mhm. Ich habe den seltenen Fisch, also den seltenen in Anführungszeichen und ich kriege keinen davon. Trotz dieses Items. Immer noch Schrott. Wie geht das? Bei deinem Ding, weil ich so hoch genug hast, ein Skill. Achso. Da geht es noch Skill. Da geht es noch Skill. Ja. 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 Ich habe jetzt drei. Ich bin die Frosch. Ziele. Mit. Naja. Das kann ich ja nicht. Ja. Das kann ich ja nicht. eine Frosch. Und nicht so komisch. Sauber. Hast du alles hier? Mit. Und ich kriege immer nur die Schrott. Ich habe jetzt immer geschopfen. самое Lily. Ich habe jetzt nicht mehr Fleck. Passt einen Mauer. Ich möchte mich mal ansprechen. Ich mache noch желżere, was ich? mal transmitter. Tiltое, denn du? Vielen Dank. 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 Achso, die kann man so nicht rufen, oder? Ja, einfach angreifen. Achso, ich habe eine Auto-Attacke hier, der wird drin. Ich habe kein Ziel. Ungünstig, wenn der Rad direkt neben uns, wenn der Rad direkt neben uns spawnt, ne? Es stört, der stört, ne? Es stört uns einfach beim Angeln. Und den Hohen. Und den Hohen, ich habe eine Hose bekommen. Und an, ja. Und, ja, ja, das hat jeder hier vermisst. ja ja da hast du einen Pocopoc rausgeholt ja wir sind ja hier hol ich mal auch raus in Gold mit dem Vogel auf dem Kopf wie hast du den in Gold bekommen irgendwie waren es auch halt Sachen einsammeln keine Ahnung Alter du hast einfach zu viel Zeit in Shadowlands verbracht oder freust dich auf die Achievements in Shadowlands kommt auf die Achievements drauf an 45 169 wenn ich 200 kriege, gucke ich auch mal, ob ich was zu essen finde. Auch ein Fisch. Ich weiß nicht, was da ist. Ich muss einfach selber auf Jagd gehen. Wie geil, weil jetzt dieses Rumpf im Erfenfisch holt, wenn wir ganz verdammt angeln. Es ist halt auch noch mehr Intuit geht gar nicht, oder? Ja, fehlt nur die Anglermitze. Und so eine Anglerweste. Sitze ich leider nicht. Aber das wäre jetzt cool. Ja. Was auch genial wäre. Wir müssen echt mit dem Boot auf den See rausfahren. Mit ganzem Anglerzeug. Aber dann hast du einen Laptop und angelst im VW. Ja, genau. Mit voll Intuit. Mit voll Intuit. Ja. Das zieht sich ja hier jetzt so lang, wie die Shadowlands Pack-Kampagne. Ja. Du musst die auch noch für dich machen. Du musst sogar alle drei noch machen, ne? Ja. Ich glaube, du hast nur eine gemacht. Ja. Aber die ist jetzt viel leuchter. Ja. 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 Wenn wir die Pack-Kampagne machen, dann mache ich das aber im Todesriter. Ich hätte ganz gerne das Tanzmachset noch für Platter. Ah, okay. Klar. Wir müssen ja alles noch vor der neuen Erweiterung machen, dass der wenigstens mal echt durch ist mit dem ganzen Scheiß, oder? Ja. Ja. 58. 173 sind eigentlich noch andere Spiele in der Zone? Nein. 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 kann ich ihm eigentlich den Kirschkopf drüber anleiten, machen wir dann hier so für Shadowlands habe ich diesen blauen feschkopf Shadowlands 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 174 ja ich bin bei 62 ich habe meine anderen Kastele nochmal wieder ausgelockt ja ich bin bei 62 alter du siehst ja gerade kaum du siehst ja kaum das Ding ja 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 siebzig 60 Ich nähere mich 60 60 60 60 61 63 63 64 64 64 64 64 64 65 65 67 68 69 69 70 69 69 aber es ist halt drei wochen das wäre schön Wollen wir wieder so klein? 180 Ich hab ein Parkhaus zu essen verdient Mann, Dietrich Ey, ich hab auch so ein Ding glaube ich bekommen, oder? Achso, ne, ich Wieder so ein Ding, was die Chance erhöht Einen bestimmten Fisch zu bekommen Ich hab kein Fisch bekommen Ich hab genauso wenig nur vorbekommen 70 Ent types Und Autos Vielen Dank. 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 90. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann. Can I... Ich... ... ... ... ... Ich... ... 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 dass ich looten kann ich sehe nichts ich bin auch 199 jetzt kannst du bei essen jagen und dann auch mit fischern es gab wieder neues anima und es ist ein jäger wäre auch cool hier diese weiter mit die zwei dann das halte ich stehen sehr gut für meinen schrank oder für mein safe ja ich hab's geschafft noch die zuge nach essen gehen okay 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 Vielen Dank. 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 Es ist... Los... Ich... ... 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 ...... ...... ... nochmals zu trinken Vielen Dank. Ich muss auch nicht daran denken, den Kühlschrank wieder aufzufüllen. Ich glaub's nicht, ich wurde jetzt auch angeschrieben. Echt, von Zelten? Nee, von Blizzard.com. Doch kriegst die dir nicht zu. Kannst auch gleich melden. Gut für Schingen. Auch wieder von Antoni das? Ja. Ich will hier selber angeln. Ich will nicht geangelt werden. Ja. Report. Wir müssen hier fischen. Ich hab wegen Chat und dann hab ich selber geschrieben. In Begründung. Ich sag, da gab's ne extra. Nee. So. Blizzard.com gemeldet. Wenn's dir jemand meldet, fällt der ja direkt aus seinem Chat raus, oder? Ja. Und wird ignoriert. Gerade noch erwähnt, dass ich sowas nie mehr erlebt habe. Ja. Jetzt schaut sich zwar nicht jede Meldung an, aber wenn jemand öfters gemeldet wird wegen demselben, dann schauen sie drüber, oder? Ja. Mal gucken, ob ich den Charakter jetzt finde. Das sagt, komm. Nee. Ob die sich dann sofort wieder ausloggen? Und den Charakter löschen? Aber ist egal, ob sie den Charakter löschen. Der Account wird dann trotzdem von Blizzard gefunden. Ja, ja. Das finden die schon. Wir werden ja nicht die einzigen sein, die sie anschreiben. Nee. Wir werden auch nicht die einzigen sein, die sie melden. Nochmal ein Appell an alle, die irgendwelche Meldungen kriegen. Einfach melden. Der Blizzard. Dann, dass sowas immer mehr eingedämmt wird. Ja. Wenn sich Blizzard meldet, dann meistens per E-Mail. Wenn in jedem, dann öffnet sich eine extra Chatbox. Und daneben ist, neben dem Namen, ist das Blizzard-Logo. Alles andere ist fake. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann Mittwoch, Mittwoch wieder, nee Dienstag, Dienstag sehen wir uns wieder, verdammt. Irgendwann kriege ich es hin, am Dienstag sehen wir uns wieder mit den neuen Dailies und mit den Weeklys. Mit den Weeklys sehen wir uns wieder. Ja, Mittwoch ist Weeklys. Nein. Dienstag, ach so, Mittwoch ist Weeklys, da bin ich ja nicht da. Ach so, da bist du nicht da. Nein. Dann Donnerstag, Weeklys. Dann sind Donnerstag, genau. Donnerstag sind dann Weeklys, bis am Dienstag ist dann wieder genau das, gehen wir wieder nach Draenor. Dann machen wir irgendwas. Ja, dann machen wir irgendwas. Wahrscheinlich in Draenor. Bis dahin, ich höre euch noch einen wunderschönen Eintag morgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.